Der Rizzo ist endlich mit vor der Kamera hier, war ja schon mal im Vlog auch mit dabei, aber jetzt hier auch das erste Mal mit auf Twitch in einem Stream mit dabei. Lass uns ein kleines Q&A machen, ich würde sagen wir beantworten 5 Fragen, egal was und einfach mal reinfragen und dann antworten wir einfach mal ein bisschen was da drauf so. Snacks14 fragt, Jan, wie hast du mit deinem Aussehen so eine Frau bekommen? Das frage mich auch jedes Mal aufs Neue, Rizzo. Wie ist es dazu gekommen, Kea? Hat lange genug gedauert, oder? Hat mich lange zappeln lassen hier, das Viehchen in meinem rechten Arm. Sag mal. Weiß ich nicht. Ja, das ist tatsächlich, der Anfang ist unfassbar unromantisch von unserer gemeinsamen Geschichte. Aber geht eigentlich. Alter, wir haben nur Bumble gesehen. Ja, ich dich nicht. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ich hab den Rizzo auf Bumble gesehen, das Profil war wirklich, also ich swipe's ja eigentlich nur durch, weil er ficken will, jetzt mal ehrlich, ne? Aber dann hab ich den Rizzo gesehen und dachte mir, Alter, Handstandbild, Instagram verlinkt, sah gut aus, direkt auf Instagram gegangen. Seh bei Instagram Sprünge von Klippen, seh Handstandbilder, Parcours, Tricking. Dacht mir, Alter, das kann doch nicht sein, das ist doch der Wahnsinn. Also, da muss ich jetzt attackieren. Und ich bin wirklich, das mein ich völlig ernst, ich hab sehr selten, wenn überhaupt zuvor schon mal, ne Frau ernsthaft auf Instagram angeschrieben. Aber da hatte ich keine andere Wahl. Und dann hab ich dir geschrieben. Ja. Und dann hast du mir dir einen Korb gegeben. Aber einen netten. Hat mir einen netten Korb gegeben? Ja, so richtig Korb hab ich aber auch nicht. Wie? Ja, am nächsten Tag haben wir uns gesehen. Ja, stimmt. Sie hat, ich hab gefragt, ob sie nicht Lust hätte, sich mit mir zu treffen, vielleicht auch eine Session oder auf einen Kaffee. Dann hat sie geschrieben, ja, einen Kaffee eher nicht, aber wir sind morgen an einer Ruhe springen. Wenn ihr Lust habt, kannst du beziehungsweise ihr ja vorbeikommen. Hatte ich schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Dachte mir, ja, ne, ey, fuck. Aber dann hat Ette mich tatsächlich überredet, da mit ihm zusammen hinzugehen. Und dann sind wir angekommen. Und dann haben wir einen guten Tag zusammen. Ja, ihr wolltet auch gar nicht mehr gehen. Ne, ihr aber auch nicht. Ne, wir auch nicht. Sie hatte auch noch eine Freundin dabei. Ja, und dann dachte ich, ja, geil. Hab ich ja doch noch überzeugt. Ja, und das Ganze dachte ich für erst mal drei oder vier Monate. Warte, dann hab ich mal gesagt, so, was ist das für eine Kacke? Ich stehe hardcore auf dich. Was soll die Scheiße? Und dann hab ich nochmal einen Korb gekriegt. Sorry. Ja, ist in Ordnung. Und dann, was kam dann? Da weiß ich ja selber nicht, was dann kam. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ja, komm. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir uns eine Zeit lang nicht nur so immer mal wieder, aber wir hatten immer Kontakt ein Jahr lang. Und dann hieß es Pfingst Open Air in Essen. Da warst du auch mal wieder mit aus Versehen. Ja, nicht aus Versehen. Ah ja, da hat es einen Attentat geplant. Zwei, drei Tage vorher war ich hier mit Ette den ganzen Tag. Wo wir den ganzen Tag trainiert haben. Ja, stimmt. Da hast du mich eingeladen. Ja, und dann haben wir da einen Abend zusammengebracht und dann kam eins zum anderen. Und zwar, das hatte ich im letzten Stream schon mal erzählt. Ah ja. Dann waren wir dann Pfingst Open Air und waren wir nachher noch auf der Rue hier in Essen. Wollten wir zu irgendwelchen Kneipen oder sonst was. Da hat aber fast nichts mehr auf. Und dann sind wir im Frühjahr oder später geendet, wo wir einen Glockenhorst auch gesehen haben. Und dann haben wir mit meiner Schwester und Ette und Jasbek zusammen und dem Glockenhorst ein Porno im Frühjahr oder später geguckt. Das hat uns beide inspiriert. Und dann hat der Rizzo bei mir gepennt. Ja, und dann haben wir uns seitdem mal häufiger gesehen. Und dann haben wir den Glockenhorst und die anderen auch beim Porno-Guck mal weggelassen. Ja, das ist die Story tatsächlich. Genau, in diesem Sinne, danke an Glockenhorst. Danke, Bruder. Ja, der Glockenhorst ist einfach eine absolute Legende. Also der ist wirklich, guck, selbst bei so weit ist er mit dabei. Ja, so ist es tatsächlich. Fakt die Story. Ja, ist schon geil, ne? Aber wie reudig für dich war am Anfang. Sie war echt, ich hatte wirklich harte Zeiten. Das muss ich echt zugeben. Ich hatte harte Zeiten, weil ich wirklich von Anfang an wusste, das ist eine Frau, die für mich bestimmt ist. Ja, und dann, da habe ich dann tatsächlich für gekämpft. Und selbst die Jungs, die Jungs, Ed und Jasbek haben irgendwann die Hoffnung aufgegeben. Meinten nur noch, Junge, Jan, lass es. Nach einem Jahr nur Korb, 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 Korb. Aber ich bin dran geblieben, Leute. Ich bin dran geblieben und jetzt sitzen wir hier zusammen und machen tausendjährige Eier wettfressen. Drei Stück und nachher Mausefalle-Action. Danach schön, schön, schön Mausefallen-Action. Sehr klar. Es fängt echt weg an, ne? Mit Bumble und so, aber dann nimmt die Story irgendwie so seinen Lauf. Ja, aber du hast mir ja auch nicht da geschrieben, aber wir hatten auch kein Match. Naja, stimmt, da kam man dazu, weil Bumble hatten wir kein Match, da hast du mich ja direkt ignoriert. Ich weiß auch immer noch nicht, ob du mir überhaupt angezeigt wurdest. Ja, ja, das sagen sie immer. Das sagen sie immer. Aber gut. Nächste. Hast du auch mal Angst um Jan, wenn er wieder mal extrem eskaliert? Damit meint er die Foleszenz. Geht so eigentlich. Nicht viel, ne? Ja, ich vertraue dir. Ja. Und ich weiß, dass du dir vertraust. Ja, das stimmt. Das Ding ist ja auch, der Rizzo ist ja auch kein, also der Rizzo macht ja selber Parcours und sowas, deswegen, sie kennt den Sport ziemlich gut und der Rizzo, der sendet auch hart. Also, trainiert noch nicht so lange, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ist es die weibliche Form von mir, so in Sachen Folescent. Absolut. Aber, wenn der Rizzo jetzt am Ball bleibt, in zwei, drei Jahren, dann könnte der Rizzo absolut auch voll weg eskalieren. So, also, da glaube ich, also wirklich. Mal gucken, was der Körper so sagt. Ja, das ist es. Rizzo und mein Körper sind beide ziemlich gleich gefickt. Und das nicht erst seit jetzt, seit dem Pfingst Open, ja. Sondern, also ehrlich, sie hatte auch schon die Hüfte gebrochen, also das Becken. Becken gebrochen. Becken. Ja. Was hattest du noch? Bleisbein gebrochen und Knie. Meniskus. Ja, krank. Ja, mehr als ich, tatsächlich. Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass du tatsächlich, dass ich tatsächlich bei Seven vs. White dabei bin? Oh toll, das ist jetzt eine peinliche Frage. Warum? Ich kannte das nicht. Hört nur durch dich. Ja, okay, stimmt. Deswegen war mir das völlig egal, ob du damit machst oder nicht. Ja, das ist tatsächlich, wo du das sagst? Ich muss dir jetzt erst mal erklären, was das heißt, dass ich dabei bin, ne? Ja. Also ich wusste, dass du dich dafür irgendwas beworben hast, aber halt nicht, dass das irgendwie was Großes ist. Ja, stimmt. Für Rizzo ist die YouTube-Belt relativ neu. Kriegst alles erst so ein bisschen jetzt so durch uns mit. Also nicht nur durch mich, weil Rizzo chillt auch viel mit den Jungs, also mit uns Schlappen. Wir chillen viel so alle zusammen immer. Und da kriegt sie das jetzt eigentlich zum ersten Mal so richtig mit. Ja. Und lernt auch so die Leute, Trimax und so, Knossi kann das ja vorher auch alle nicht, ne? Ja. Finde ich aber eigentlich auch geil, tatsächlich. Ein gutes Zeichen. Ja, guck mal, hier seh ich da auch gerade eine interessante Frage. Rizzo, was war dein größter Cent? Ja, ich müsste ein. Aber für dich ist der scheinbar nicht krass. Was denn? Der Frontflip über das Gap, wo du das Steißbein gebrochen hast. Ja, wahrscheinlich. Ja? Von außen gesehen wahrscheinlich schon, ja. Okay, ich zeige euch jetzt Rizzo's beiden größten Cent. Das hier, hierbei hat sie sich das Steißbein gebrochen. Aufwärmsprung, aufwärmsprung, zack. Und jetzt schön ein Webster über den Roof Gap. Geil. Und das Geile an diesem Webster ist, dass der Rizzo vorher nie sowas gemacht hat. Ja, nö. Nie. Und das erste Mal, dass sie ein Frontflip über den Gap ballert, ist einfach über den Roof Gap. Und beim ersten Versuch hat sich das Steißbein gebrochen. Beim zweiten hat er dann aber mit dem gebrochenen Steißbein nochmal gemacht. Und ein paar Tage später war dann eben die Eskalation hinten drin. Ja, wild. Und das hier ist der zweite, den sie gerade meinte. Ja, das Laufen auch. Nicht das Runterslein eher weniger, aber oben das Laufen. Ja, ist schon hoch und schmal alles oben. Gut, machen wir weiter. Jetzt gerade beantworten wir erstmal nur Fragen, die so an uns beide so ein bisschen gehen. Sind so ein paar interessante so auch bei, aber erstmal. Ah. Ganz häufig. Ja? Ja, das musst du erklären, weil das weiß ich immer nicht so. Warum eigentlich der Rizzo? Also, pass auf. Ein Monat, nachdem wir uns kennengelernt haben oder so? Ja. Ungefähr einen Monat danach sind wir tatsächlich mit den Jungs, also mit den Schlappen, zusammen nach Brighton gefahren und gereist, nach, äh, zur Storo Big Wall Open. Und, äh, Max, also der Krönenficker und ich, wir haben vorher schon ein, zwei Tage zusammen da gechillt und Rizzo und die Schlappen sind nachgekommen. Und, äh, wir haben einen Kollegen, einen Freerunner, den kennt er vielleicht auch, der heißt Kidori und Max nennt ihn immer K-Dazza. Und dann dachte ich mir, der Rizzo heißt nämlich eigentlich Kira. Eigentlich heißt sie Kira. Moin. Und, ähm, Max hat die ganze Zeit, da haben wir uns die ganze Zeit über K-Dazza unterhalten und finden's halt auch unsexy. Ja. Ja. Und jetzt ist es Rizzo und weil ich momentan ne Phase hab, wo ich an alles, was ein O oder ein I oder was auch immer hinten dran hab, mach ich ein EK raus. Knossek, Krachek, Rizzeck. Äh, ist es jetzt aktuell der Rizzeck? Der. Der Rizzeck. Das ist ganz wichtig, nicht die Rizzo. Das ist ganz glasklar der Rizzo. Einfach wegen so Maschine, weißt du? Absolute Maschine. Der Rizzo. Ja, ja. Also, ja. Die Erklärung macht auch absolut gar keinen Sinn. Doch, K-Dazza, K-Dori, Kira, K-Rizzo. Ja, gut. Irgendwas ist immer, aber so waren halt allen Vereinten, also das ist die Erklärung. Ja, eben. Der Rizzo gleich auch mit Undertaker. Der Undertaker. Kennst du? Ne. Ein Wrestler. Der brutalste im Game. Kommst du nach dem Ganzen? Na, glaub ich. Wie steht die Perle zu Fucke und Schnauzer? Find ich geil. Geil, oder was? Findest du richtig geil, oder? Ja. Ich dachte tatsächlich anfangs, als ich auf dich stand, aber du noch nicht auf mich, dachte ich immer so, ist das gleich too much. Und dann dachte ich aber immer so, Junge, jetzt halt mal deine Fresse mit diesem Rumgemusche. Ob das jetzt jemandem gefällt, weil ich es selber ja geil finde. Und wenn das die richtige ist, dann muss ich das ja auch geil finden. Und das war halt so ein kleiner Gedankengang, immer mal zwischendurch. Der hat dann aber direkt wieder überwogen, halt dieses, ja, sicher ist das das Richtige. Und war richtig. Kann mir das auch nicht ohne vorstellen. Ne, ich auch nicht. Na gut, schnell beantwortet das Ding. Wie lange sind wir schon zusammen? Du weißt das, ich hab keine Ahnung. Ja, weiß ich, keine Ahnung. Doch, du hast letztens irgendein Datum gesagt. Ich hab keinen Plan. Was ist denn jetzt? November. Vier? Vier erst. Dachte locker sechs, halbes Jahr. Ne, fünf. Fünf? Fünf. Fünf Monate. Fünf Monate schon. Mal machen miteinander. Ähm. Okay. Noch zwei Fragen. Welche Frau steht nicht auf Schenkelbürste? Kommt der Rizzo nächstes Jahr mit auf Schlappentour? Das müsst ihr entscheiden. Ich wär sofort dabei. Auf gar keinen Fall. Ja, das muss man glasklar so sagen. Die Schlappentour ist auf jeden Fall. Also, ja, das Ding ist, beim Rizzo ist es nochmal was anderes, weil Rizzo halt genau die gleichen Interessen hat. Sendet mit. Findet halt diesen abgefuckten Humor, den wir alle feiern, auch geil. Jagt sich die Eier so in einer Tour mit rein und so. Aber eigentlich ist halt Schlappentour Frauenverbot. Also, das haben wir ganz, das haben wir von Anfang an so gesagt, weil der Vibe, selbst wenn das Vibe so drauf ist wie wir, ist der Vibe zwischen den Männern ein anderer. Und nicht so, wie wir ihn eigentlich haben wollen, weißt du? Zwei Tage durfte ich. Stimmt, dieses Jahr war sie sogar zwei Tage dabei in Mannheim, ganz zu Beginn. Ja, bei der Jam, da hast du wohl wahr. Ja, das stimmt. Ich sneak mich da noch rein. Ja, irgendwie sneak sie sich rein, ja. Aber, ähm, nee. Ah, guck mal, darum Daryl so. Daryl. Weißt du? Keine Frau. Ja, okay, stimmt, da muss man, ja, vielleicht kriegen wir die Männer ja so nochmal. Aber, ähm, ja, ich, der geht nicht davon aus, dass, dass auf Schlappentour eine Frau mal mitkommt, so. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ja. Du hast ja auch Verständnis für, oder? Ja, voll. Ja, also. Nee, das bleibt, das bleibt, äh, ruthless und kernschlappen. Ha, wat ist Rizos höchste Katze? Ah. Ja. Ja. Da reden wir nicht drüber. Nee, da reden wir mal lieber nicht drüber. Das wird hier wirklich sämtliche Bilder von euch im Kopf zerstören. Ah ja, nee, äh, hier steht, ich fürchte, wenn eine Frau mitkommt, gibt es keinen Wursttransport mehr. Das wäre absolut nicht gefährdet, wenn der Rizos mit dabei ist. Nee. Also, nee, nee, nee. Da ist eigentlich gar nichts gefährdet. Eigentlich ist da wirklich nichts gefährdet. Würde euch hart auf den Sack gehen, glaube ich, einfach, weil ich nervig bin. Ja. Weil ich euch gerne ärgere. Ja, und das wird dann irgendwann im Laufe der Zeit dann wirklich, so wäre lustig so, aber irgendwann würde es halt wirklich so richtig auf den Sack gehen, dass wir uns so denken, boah, verpiss dich einfach. Weg mit dir. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, okay. Aber auf einer anderen Tour vielleicht so was wie Mexiko oder Gran Canaria? Du würdest dich eh dabei sehen, so, ne? Mal auf einer Tour. Ich hätte da Bock drauf, ja. Ja, das safe. Also, Schlappentour ist ja, das wisst ihr ja selber, ist ja so unser absolutes Heiligtum. Also, das ist ja so unsere heiligste Zeit, sag ich mal, im Jahr. Und, äh, alle anderen Trips auf jeden Fall, da ist safe. Da ist ja auch, da ist jetzt auch nicht so streng, sag ich mal, mit Filmen, alles und so mit dieser Stimmung, die immer, die halt auf absoluten Fullstände die ganze Zeit steht und so. So, aber auf den anderen Trips safe. Also, ein erneuter Gran Canaria Trip oder irgendwas, da, äh, wenn der Rizzo Zeit hat, da ist er gerne, gerne beigesehen. Ich denke, das sagen auch, würden auch die Männer so agree, obwohl wir eigentlich mal sagen, dass auf die Trips, sei denn, das ist jetzt so ein Wochenendtrip nach München für ein Video oder sowas, so Oktoberfest damals oder irgendwie sowas, da war eh schon mal die Freundin von Jasperg auch mit dabei, aber, ähm, ich glaube, da hätten alle Bock auch, dass du zum Beispiel mitkommst. Ne? Okay, jetzt aber mal letzte Frage. Ähm, keine Frage, ah doch, ist wohl eine Frage. Nächstes Mal mit ihr zusammen zu Seven vs. Wild, da würde ich mich enorm sicher fühlen, weil der Rizzo hat safe mehr Skills als ich, die benötigt dafür. Zumindest was so was essen und so geht, oder? Ja, du kannst auf jeden Fall gut, ja, du kannst ja gut bauen, das sieht man ja an dir, so einem Ding und an deinem handwerklichen Interesse. Essen zubereiten und, sag ich mal, jagen und so, hast du auch kein Problem mit, würde ich sagen. Hast du auch an den Eiern hier gerade gesehen, ekel hast du auch nicht. Wir könnten uns gut miteinander beschäftigen. Also, ne, eh klar. Und beide Bock auf Abenteuer auch. Ja. Also, kein Problem draußen zu pennen oder sonst was. Ich glaube, wir wären ein gutes Team. Glaube auch. Alter, sollen wir mal machen? Ja, wollten wir eh schon. Ja? Ja. Irgendwie so einen Ort und dann mal eine Woche oder sowas probieren. Irgendwas. Ich glaube, ob es vielleicht viel ist. Ja, doch. Wir überlegen mal. Wir überlegen mal Backstage, ob wir irgendwie vielleicht mal eine gemeinsame so Seven vs. Wild artiges Experiment machen. YouTube-mäßig, das wäre geil. Alter, als schlafen Ding, mit den anderen Jungs. Immer als... Wie meinst du? Mal als Dreier-Team. Aber wie? Jace Beck mit seiner. Oh. Wir beiden. Oh. Ja, ich weiß nicht. Sehr lustig. Wir beide gegen... Oder einfach wir beide gegen Jace Beck und Etto oder so. Ja, aber Dwayne auch geil. Dwayne auch. Ja. Wir überlegen uns mal was. Da können wir was mit machen. Das wäre geil. Oder ob wir das einfach mal so machen. Oder wir, ja. Einfach nur wir gucken, wie wir klarkämen. Ja. Wir überlegen uns was. Danke für die Anregung. Das ist ja geil. Rizzo, bist du auch RWE-Fan? Absolut gar nicht. Oh. Das liegt aber daran, dass Fußball allgemein nicht meine Welt ist. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, Rizzo ist kein Fußball-Fan. Aber gut, irgendwas immer. Also man kann ja nicht alles perfekt sein. Ne? An so einer Frau. Aber, äh, ich glaube, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, dass du gehen solltest. Ja, ja. Das wird gut gewählt eigentlich. Naja, gut. Also, lieber Chad, das war's mit dem Champion Rizzo. Oh, 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 oh